Garten der Ängste Garten der Ängste? Weißt du was ich da mach? Ne Wohin verschlägt es uns wohl diesmal? Gute Sache das Was nehm ich? Banvarian! Sicher nicht Nope Wohin Die Wohin 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 Ist mir egal, ich bin vollstert. Das Problem ist, als Solo-Tanker Ja, komm, ich bleib gleich. Bereit für den Kampf! Bereit! Dann haben wir so ein relativ solides Team. Ja. Ist es. Dann kannst du mir ja diesmal Bericht erstatten, was so das Team macht. Ihr müsst ja zu viert rumrennen, wenn ich Vikings spiele. Zumindest versuchen. Möge Relu uns Stärke gewähren. Was? Ich versuche. Aber du weißt ja, wenn du mich so konzentriert, dass ich... Hör auf! Sagara. Wir bannen. Wir können den Tank bannen. E-D-C. E-D-C. Korrekt. Wir haben den einzigen OP-Tank hier. Ja. Kann gut sein, dass die jetzt Malf oder sowas bannen. Oder Funkelchen. Ne, die haben selber Malf gepickt. Äh, gepickt. Funkelchen. Oh, dann starten. D-D. Pff. Pff. Bops, ey. Bops, ey. Bop. 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 Der komische Odin hat jedenfalls Varya nicht genommen. Oh no! Du weißt, was ich mir gerade wieder wünsche. Aber da muss ja ganz ehrlich sein, die hätten ja dann eh nicht Double-Tag genommen, wenn ich auf die Uhr rückwärts. Ja, na eben. Das ist ja das Ding. Das ging wirklich Last-Pick, sondern wir sind nie Last-Pick. Was? Valla ist gut. Yeah, Tag. Ich bin leid. Tykes wäre zwar besser gewesen, aber du weißt ja wie es ist. Tykes ist besser, Joki! Und dein 5 Tykes ist eingeloggt. Cool für Gott to push D. Das ist der Grund, warum ich hier nicht mehr spiele. Ich vergesse es nämlich wirklich oft. Ich bin das alte gewöhnt von dem. Da musste man kein D drücken. No. Wo hin verschlägt es uns wohl diesmal? Ich werde übrigens auch Söldner-Fürst nehmen. Dann kann ich auf jeder Läden mit einem Viking die Söldner-Waffen. Ja. Sehr gut. Gut Lack, Herr Fann. Im Kürze beginnt der Kampfhelm. Seid ihr für die kommende Prüfung bereit. Das ist ja bei dem richtig geil aus. Wir wollen einfach nur nach Hause. Muradin auf den Dollar schreien. Ja. Zieh erstmal rein. Ja. Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vögert nicht, kämpft. Los geht's! Ja! 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 Olaf! Ola! Ich hoffe du hast ne Wegbeschreibung! Hey! Oh, ich hab Hunger! Zagara ist übrigens unten. Spotlane pusht Zagara ein, ich kann da nur stoppen. Ah, stopp wird mein Olaf von Varian angesuchen. Nein, Ruth fällt! Oh, close. Die Unkrautler heben sich! Töten sie! Ernte die USA! Das ist eine Stunde, ne? Nein. Oh! Oh! Ich warte! Ähm, ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Okay, los geht's! Oh! 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 Okay, kleine Pflanzen! Auf IDZ? Ey, Bot pusht Zagara alles ein! Zagara reißt Bot ein, immer noch, 2 gekillt, das ist natürlich sehr gut für mich. Ich habe mich viel zu lange aufgenommen. Zagara immer noch Bot. Ich hoffe, euer Gegner züchtet ein Ungeheuer. Oh Gott, Pflanze Mitte. Oh Gott. Was brauchst du? Oh Gott. 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 Ey, was macht die Waller? Der schnallt das nicht. Ja, und dafür werde ich jetzt hier wieder abgeholt, ey. Oh, jawohl. Wir sind nur mit XP even, weil ich halt zauke, ne? Ja. Aber jeden Kampf verloren, das ist echt bad. Und das mit Illidan, das aber? Ja. Oh, der Gara klebt halt immer mehr dran. Nein, wieder die Zagara bestimmt. Oh, wie kann man denn in so einer krassen Überzahl so kacke sein? Keiner braucht mir. Die wäre jetzt tot. Die dessen bin ich jetzt vielleicht tot. Ja, folgt mal einfach dem Illidan. Sonst, äh... Oh Gott, jetzt wollen sie mich hier oben wiederholen. Ich auch. Oh Gott. Die Zagara ist übelst solo. Nein, nein, nein. Gut getötet. Die Unkrautleiter. Ich hab nicht mal Zeit, meine Talente aus diesem Genie. Ja, ja, weil ich nicht so ein Stress, das ist klar. Warum macht er eine große Pflanze zuerst? Aber Zagara ist tot, das ist schon okay. Kann ich hier mal ein bisschen Raum machen, hoffentlich. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Zagara fokust nur auf mich. Wo denn Bot? Ne, top. Und Mitte. Und Mitte. Und alles. Mein Boost ist schon raus. Was? Oh Gott. Ich hab versucht. Das Ungeheuer wartet, reißt seine Gegner verkündet. Sagara Bot, mit dem scheiß Nydos immer, ey. Oh nein, das Ungeheuer verwelkt. Ja, ich konnte nicht auf die Rook gucken, deswegen, ich nehm den jetzt. Das Ungeheuer wird euren Gegner den Lebenssaft entziehen. Ach, da ist die Sagara schon wieder. Ist alles gut. Ja, aber ich kann meine Vikings nur irgendwo abstellen, weil überall die Leute meine Vikings fokussen. Oh Gott. Oh Gott. Muss treffen. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Der andere ist tot, der andere ist auch tot. Ich will. Ja, das war natürlich nicht weg. Das Gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter. Sagara pusht unten übrigens alles ein. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist einfach unfassbar, dass die Sagara so freies Spiel hat. Ja, ich glaube bei mir ein leichtes Spiel. Weil mir auch keiner geholfen hat. Ich muss mit den anderen mitlaufen, sonst sterben die jetzt. Sonst geht es da hoch von mir. Ach, die ist doch mal ja los. Ach ey, die Lunara fehlt, die Sagara fehlt und wir verlieren trotzdem alles. Alter, das ist unnormal. Wie schlecht die sind. Wie schlecht die sind. Ja, okay. Ey. Unfassbar. Sagara wieder bot. Das könnte schief gehen. Lieber auch noch mal. Was? Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich nicht mehr spielen. Ich muss mich nicht mehr spielen. Ich muss mich nicht mehr spielen. Alles. Alles klar. Wir haben das auch wieder gelernt. Ja, aber daran liegt es ja gar nicht wirklich. Weil... Ich krieg ja genug geregelt. Nur, äh... Die sind so schlecht, unsere Leute. Da ist völlig egal, was du willst. Wir holen ja auch irgendwo rum. Wir machen jetzt schon den Camp. Statt die Pflanzen zu holen. Die Gegentücher, die Pflanzen ist ja ganz klar. Ja. Nein! Du wirst leben! Erik hier! Immer mit Sonderraum! Unser verblendeter braucht Hilfe. Wir haben ja wieder schon in Ruhe gelassen. Wir haben ja wieder schon in Ruhe gelassen. Tauf eingerissen. Anstrengung hat die eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Euer Vorwurf zerbüttet. Der wird zukünftig die Radieschen von unten betrachten. Ihr solltet alte Technik verbessern. Für eure Gegner ist ein Ungeheuer herangewachsen. Doppelkill. Vorzerstört. Wow. Wir haben einen vorzerstört und zwei Gegner. Ich kann es ja gar nicht glauben. Ja, alles klar. Jetzt sag schon. Okay, los geht's. Immer Richtung noch. Steffen und abholen die Leute. Wala ist auch so schlecht, ne? Alter, die lässt sich von Joanna im Nahkampf umhauen, Junge. Ja. Bestes Teil, ne? So. Jetzt sind wir wieder am Rennen. Nein. Sie wollen mich. In der Mitte ist Malf solo. Mein Fenster ist noch halt leider. Sorry. Hier. Ah. Ja. Mein Viking ist tot. Sein OP Zeug auch nicht gejustet, angeblich. Ich weiß nicht. Ähm. Ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Angeblich okay. Was noch? Was könnte schief gehen? Lieber Augen offen halten. Ne, nun, guck mal nicht. Ah, Zagara tötet mich wieder. Ob es hier sicher ist. Oh, und gleichzeitig die anderen unten. Ich weiß nicht. Ich... 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 Oh. Grouped Vikings. Hm. Okay. Lieber auch selber. Okay. Welch schwaches Fleisch. Gut, dass es entsorgt wurde. Ich hab Oma. Das ist halt aus dem Push-Aspekt, weil ich auch die Lanes weggepusht habe und Angst. Ne, ne. Oh, ne. Das hol ich das auch nicht gut. Boah, das Boot. Das Boot. Ne, andere findet es zwar auch gut, aber... Das Boot macht echt guten Schaden. Meistens, äh... Leaken wir an schlechten DDs. Ne. Eigentlich haben wir immer schlechte DDs genug. Ne teuer. Ne, nein... Weitere. Ne, nein... Und Joanna v. 5. Ehh... Ich bin jetzt ganz der richtige, oder? Ja. Ich dachte, okay... Jetzt... Ich hätte das besser gemacht... Ist das das echte Leben? Aber da ich jetzt die Lanes nicht mehr wegpusche, kann ich auch die Camps nicht mehr dürfen und so, ne? Was geht denn ab? Warum bin ich besser alleine hier in der Scheißpflanze? Weil der Illidan wieder Camps macht und die Valadev... Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Ja, alles klar! Das Ungeheuer wartet! Kommt, holt euch seine Macht! Ich wollte das mit Erik... Das Ungeheuer kann nicht lange warten! Nutzt seine Macht! Jetzt bin wieder zwei! Hey! Jetzt müssen wir eh deffen! Ich drehe es mir drauf aus! Ich schneide uns da! Ja! Oh Gott! Ja, die deffen alle! Das Ungeheuer eures Gegners wurde kompostiert! Das Ungeheuer eures Gegners wurde kompostiert! Schade! Ich konnte einem gar nichts machen mit der Pflanze! Ja! Und anstatt diese Pflanze zu holen, haben sie diese Digga auf die Lanes verteilt! Mit Level 23! Ja, wir müssen noch die Pflanze deffen, ne? Davor! Schon davor! Ja! Okay, bitteschön! Ja! Ja! Ey, wie können die soo hart mies sein?! Das geht mir nicht in den Schädel! Du wurdest getötet! Alter! Ah, der Illidan ist die Krönung von allen! Oh Gott! Oh Gott! Bing! Bing! Das ist immer noch heiß! Na klar! Non-Stop-Schlägerei! Ja, okay! Du bist alleine da! Ja! Nice! Übrigens! Du müssen meine lieben Kinder holen! Hier wo's zum Essen geht! Deswegen bin ich kein Fan von Illidan. Man setzt alles auf eine Karte. Wenn der Illidan schlecht ist, wirst du verlieren. Das ist in dem Spiel leider der Fall. Illidan ist zu mies. Und jetzt ist ja auch noch so. Ja. Wie war das? Ich könnte die Erfurt nicht mehr vor machen. Luke! Death! Death! Okay. Bing, bing, bing! Use your OG Vikings! Bing, bing! Okay. Jetzt bin ich mal abgeholt. Komm, Rainer. Ja. Ja, da ist das Force Field. Fürs Gegner-Team. Ich kann raus da, sterben alle. Unser Illidan ist zu schlecht. Konnte man in dem Fight auch wieder sehen. Der chargt übelst brainless rein. Was gerechnet? Der muss schreiben wie nie. No brain? GG. GG. Bad Illidan halt, ne? Gittert ihre Samen. A little bit. Und der gibt sich gar gefest. MVP. Besser der war gut, da will ich gar nichts sagen. Ja, der war okay. Der hat zwar auch ein paar Force Feeds gemacht, die nicht so geil waren, aber... Der Illidan war einfach zu schlecht. Und das ist das was ich beim Illidan nicht mag. Der hat gesagt, du setzt alles bei dem in die Hand. 150k gefressen. Guck mal, sieben Leute abgeholt, sieben mal gestorben. Die Waller war eigentlich auch okay. Die war auch gut. Schade.